Hallo bei Apple Tutorials. Heute geht es um Tipps und Tricks und zwar speziell darum, wie man am Mac Dokumente sehr schnell ausdrucken kann. Normalerweise ist es ja so, wenn man ein Dokument drücken möchte, wie zum Beispiel hier dieses Pages Beispiel Dokument, dann muss ich zur Menüleiste navigieren, mir das Druckmenü heraussuchen und kann dann hier über dieses Menü drucken. Wenn ich jetzt sehr viele Dateien habe, die ich drucken möchte, dann geht das Ganze noch viel schneller und wie das funktioniert, zeige ich hier. Man geht erstmal in die Systemeinstellungen, wählt dann hier Drucker und Scanner. Ich habe jetzt hier in dem linken Fensterbereich zwei Drucker, dort wähle ich mir den Drucker aus, mit dem ich eben häufig drucke und ziehe den dann per Drag und Drop in das Dock. Ich füge ihn jetzt hier mal unten rechts im Dock ein. Das Fenster hier kann ich wieder schließen und jetzt könnte ich zum Beispiel per Drag und Drop meine Datei, ohne dass ich sie überhaupt öffnen muss, auf den Drucker ziehen, lasse die Maus los und der Druckbefehl wird ausgeführt. Ich mache das jetzt hier mal nicht, weil sonst mein Drucker im Hintergrund losrappelt. Ich zeige nochmal kurz, wie funktioniert das mit Ordnern. Könnte ich das auch mit Ordnern machen? Ich habe hier mal einen vorbereitet, den ziehe ich jetzt hier mal auf den Drucker. Man sieht, also da wird jetzt nicht gleich der ganze Inhalt des Ordners gedruckt, sondern hier erscheint eine Übersicht. Ich gehe mal hier auf PDF in Vorschau öffnen, dass man sieht, um was es sich hier überhaupt handelt. Mir wird jetzt hier eine Übersicht angezeigt über alle Dateien, die sich in diesem Ordner hier befinden. Und das könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch ausdrucken als eine Art Übersicht oder Inhaltsverzeichnis über meine Dokumente, die sich in diesem Ordner befinden. Ist vielleicht ganz praktisch für Leute, die vielleicht Ordner anlegen, in denen lauter Rechnungen gesammelt sind oder so, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Ja, das war's dann auch schon. Viel Spaß beim Nachmachen. Man kann das Ganze übrigens auch nochmal auf apple-tutorials.de nachlesen. Den Link habe ich wie immer unter dem Video eingefügt. Ja, dann bis zum nächsten Mal.